so ich bin jetzt auch ich hatte mein Headset einfach wollte ich nochmal so gesagt haben Hallo Alex ja also ich bin jetzt in deinem Stream aber ich will mein Profilbild ändern das kann ich nicht leben also ich bin jetzt in deinem Stream aber ich will mein Profilbild ändern Niklas ja wie kann ich mein Profilbild ändern der Redaktion Warte mal ich muss die Leistung ja 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 so 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 ich will nochmal ein Stream der Livestream hat begonnen ich bin echt zu blöd ich bin jetzt schon ich habe eine Anfrage geschickt mir hast du eine Anfrage geschickt ah habe eine bekommen ja müsste ich also habe ich eigentlich gemacht ja ja ich habe eine bekommen alles gut so naja wie meine bitte wie ändere ich dieses Scheiß Profilbild wein Komm ich da rein? Gruppe beitreten? Hey, wer ist Alex? Wie ändere ich dieses scheiß Profilbild? So. Die Änderung, alle Änderungen gespeichert. Perfekt, so. So, hallo Leute! Hallo, sag dir beide mal was. Ja, hi. Paul! Jetzt zähl ich noch am Party-Chat. So, ich hab zwei Zuschauer, wie nice ist das? Nein, so scheiße. Ich hör mich selbst nicht im Stream. Ah ja. Das ist peinlich. Ja, du weißt schon, dass der Verziehung hat, so. Ja, ich weiß. Aber wie ändere ich das scheiß Profilbild, Niklas. Flippli. Ja, schrei mal aus dem Chat. Hoi. Okay. Hab zwei Zuschauer. Hoi. Aha. Moderator. Alex, du bist der Moderator. Ja. Paul, du bist Spielchat. Ich bin Spielchat doch. Nein. Äh. Warte. Vielleicht hast du Push-O-Talkern. Hört ihr mich jetzt? Nein. Vielleicht hast du Push-O-Talkern. Geh mal in die Einstellungen. Ich bin. So. Dann streamen wir jetzt einfach. So, komm Alex. Mach ready. Spielt einfach ein bisschen. Im Stream. Oh, cool. Aber es ist ja nicht. Nein. Ah ja. Ich will immer noch raus für die Fische. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ja. Letzte go. Ich könnte euch mal... Ich sag nochmal meine Zuschauer verloren. Wo sehe ich denn die Zuschauer? Zwei, da steht Live-Chat, Top-Chat und andere zwei. Die Frage ist, wer ist der zweite Zuschauer? Schreibt mal bei der Chat, wer der zweite ist. Ja, nice. Vielleicht ein Hühnchen. Alex, mit der Stream-Qualität und so geht fit, ne? Wer ist der Alex? Also, als wenn die mich nicht hören würden, so von Dingern. Junge, Arschling. So, Niklas. Ja, let's go. Paul, ich weiß, glaube ich nicht. Nachricht zurückgezogen. Ah ja, Alex. Seine Nachricht zurückgezogen. Können wir mit Paul reden. Ja, so. Oh. Ich hör Paul auch nicht. Ich weiß, was du jetzt mal fehlt. Ich bin voll krank. Ich bin voll krank. Ja, aber Niklas. Ich spiele das in die Gruppe. Ich spiele das in die Gruppe. Ich spiele das in die Gruppe und dann stelle ich gleich gleich wieder ein. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Niklas, wer ist das auch? Boah. Bis gleich, Paul. Ja. Scheiße. Nichts, ich bin voll krank. Ich bin voll krank. Und ich bin voll krank. Oh, so. Ich bin voll krank. Oh, geil. Taktisches. Taktisches. Oh, der war Laufen, Mann hat man dieses Schwertkampf. Oh, mal haben wir dieses Schwertkampf. was was macht der chat mehr ich weiß was du mein zuschauer ja ich schaue auch okay wir haben jetzt gar keinen zuschauer bei mir ist einer ja ich gehe kurz hier zu das neue item das scheiße das item aber bei mir ich werde auch oben ab in holen wo wo nee heißt er er hat sich von vorne und von hinten sie ist jetzt vor allem er hat sie mal was man will ich bin auch noch da als sie mal das andere da hei also Paul ich was war das denn jetzt gerade du drückst auf die Options Taste warte ich ey äh Niklas wo muss ich jetzt drauf gehen keine Ahnung alter du drückst auf die Options Taste ja dann gehst du auf das Zahnrad rechts mit dem äh Steuerkreuz ja ja dann drückst du X ja dann gehst du und kannst du mit R1 und L1 die Spalten switchen du gehst auf die Spalte wo der Lautsprecher ist ein Symbol ja mach ich dann gehst du mit dem ähm Steuerkreuz nach unten solange bis der irgendwo Pushy Talks links steht warte 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 so jetzt nach unten ah jetzt jetzt hab ich Pushy Talks Niklas Niklas Hallo ich muss Sprachschit wenn ich die Hunde an du musst Sprachschit an ja Pushy Talks Pushy Talks Pushy Talks aus und dann Dreieck nicht wenn ich irgendwie Hä hast du jetzt in und so richtig angeschoben warte mal ja warte du warte bist doch nicht bist doch nicht ein Partychat Nein, bin ich nicht. Nein. Grüße aus Frankreich. Ah ja Simon. Hast du ein gutes Internet oder was? Sprachchat habe ich an. Dann Sprachkanal auf Spiel. Dann Push-to-Talk habe ich aus. Dann habe ich Sprachchat-Benachrichtigungen auch aus. Ja, das ist egal, was du Sprachchat-Benachrichtigungen hast. Aber, hä, wieso? Geh mal aus der Party raus, wenn du in einer bist. Geh da einfach raus. Ja. Warte. Ich bin in keiner drin. Hört ihr mich jetzt? Ja. Alter, Paula, sagst du mir so lange du brauchst. Ich weiß es nicht, Alter. Paul lost. Paul und Technik gleich lost. Ja, in den Chat. Paul lost. Ja, alle in den Chat. Hashtag Paul lost. Hashtag Paul lost in den Chat. Alle Hashtag Paul lost in den Chat. Boah, ich muss mich jetzt erst mal drei Runden oder so einspielen. Ich wundere, ich schicke... Ey, warte mal. Ich komme jetzt mal wieder. Geh mal auf Toilette. Ah, Niklas, schick mir... Ja, Niklas, ich bin im Stream. Ja, ich schicke trotzdem noch mal allen. Ich werde mehr Zuschauer bekommen, Alex. Ich werde mehr Zuschauer bekommen, Alex. So, ich hab's jetzt alle in meine Kontakte geschickt. So scheiße bin ich jetzt auch nicht, Niklas. Nee, überhaupt nicht, Alex. Ich muss mich echt jetzt einspielen. Lass, wo gehen wir hin? Äh... Scheiße, das kam von der Hetze. Ich verfolgt dir einfach nur wieder. Ich verfolgt dir einfach, ich geh' ich mit meinem Bubo hier um. Oh, bei mir glaub's... Ich glaub's gab den lecktes Todes. Bei mir gab's auch den lecktes Todes. Ich hab' ein Sturmgewehr. Bei mir nicht und ich spiel' auf dem PC. PC ist besser, ne? Anfangen. Nicht jeder PC, manche PCs, zum Beispiel deiner. Ich glaub' ich muss erzählen, ob mein Handy bei dem Kommentar nicht ausgeht. Oh, du hast'n Fortweil. Vielleicht auch'n Ladekabel anschließen, eventuell. Niklas, hast du hier den Fortweil schon? Bubenbogen. So. Ich hab'n Biggie. Ich hab'n Biggie. Biggie Smalls. Niklas, hast du noch'n Mini? Und dann taktisches Stromgewehr. Das taktisches Stromgewehr ist eigentlich nicht so scheiße. Niklas? Ja. Ja. Hast du'n Mini noch? Ja. Hast du dir direkt'n Biggie gehört? Direkt'n Biggie. Noch'n taktisches Stromgewehr ist hier. Ich hab'n taktisches Stromgewehr, Pumpen und Infanterie. Niklas, hast du hier enthiltet schon den Fortweil, also da, wo sie drüber waren. Erstmal mein Deck. Ja. Warum ist das? Schau mir. Oh ne Kitschel, da doch. Hier sind die Gegner, das wisst ihr, ne? Hm. Das ist süß, du doch. Oh, herr Gott, ich hab'n so gedrückt, ich hab'n so gedrückt, Digga, dem doch. Ich pushe. Kein Mal. Ich pushe. Aua. Überaus. Hab'n noch? Hab'n noch? Noch eins? Ich hab' beide geholt, Digga. Nichts gemacht. Dann würd'n mir sagen, dass ich scheiße bin, wobei. Die Leute versteh'n so einfach nicht. Aua. Aua passt hier auf, denn der könnte vielleicht hier für seine Freunde zurückkommen. Der war, der war sofort da und Alex. Die waren beide sofort da. Nein, da, da gab's ja noch einen dritten. Nein, die waren beide. Die war nicht genug. Achso, okay. Ich hab' diese Momente, wenn du einfach was am sagen willst, also was am sagen willst, dann aber, äh, die ist das. Ist das voll zu? Äh, Paul, komm, ich hab'n Lagerfeuer. Wo bist du? Oben? Ja. Au, au, au. Oh, ich hab' schon genommen. Von wo, Alex. Von irgendwo und vorm Dach. Paul, bist du nicht Scherz? Ich musste Scherz-Lagy-Gon. Geh' ich auch. Ja, ich komm' gerade hoch. Warte hoch. Lagy. Boah, ich hab' noch nicht da. Ja, das ist geil. Okay. Echt? Ich hab' hier. Ich hab' hier. Ich hab' hier. Ihr seid oben, ne? Ja, hier. Er ist über uns. Das ist Fakt. Erkennst du, Digga? So ein kleiner Kerl. Boah, Alter. Das Kerl. Mann, voll die Karte! Niklas, Regeln. War er sofort down? Ja. Gut. Digga, aber sind hier teilweise für Scheiß-Spieler unterwegs? Die sind ja alle komplett lost, Alter. Ich glaub' ich geh' nochmal'n Dörrberger rein. Oder hier rein. LUL! 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 Hier ist wer mit Quadrauber und Schwert im Dingelskirchen! Hi, Mamet Sinica! Direkt an Bord! Das ist echt mein Direkt-Lock! Also, wenn man jetzt übe, wird schlecht, oder? Ich werd' ich sagen, hinterher, das hör' ich schon mit dem... Ich werd' ich sagen, hinterher, das hör' ich schon mit dem... kannst du denn so gut ich habe schon dir gemeint irgendwer nur böse bei kugler hey wie soll ich dann kugelgeräusch gehört ich auch hat wer von euch geschossen wo ich komme ich habe auch absolut ich bin ja 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 das sind drei leute verkehrt euch da jetzt greift dich an greif 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 dich an einer schießt von oben vom ding ich hab ihm ein hit gegeben aber er hat nicht so das meine ich jetzt muss mich so hart noch einspielen echt meine hände schwitzen ich habe mich ein zuschauer der ist eine zuschauer war ein live schätze Ah, Mehmet. Mehmet. Mehmet, Mehmet. Hi, 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 hi. Einmal hi reicht auch. Wollte ich nochmal so sagen. Wollte ich nochmal so gesagt haben. Aber streamen leckt nicht oder so. Es müsste eigentlich perfekt sein. Was ist eigentlich mit Klaas? Der wollte ja nicht auch unten kommen? Ja, ich check's auch nicht. Er kann irgendwie nicht. Und Fritz hat irgendwo noch ein ganzes Mal. Er hat das halt vor allem in seine Story gemacht, aber... Und Fritz fährt irgendwie nach Afghanistan, Junge. Das fängt auch schon wieder ab, Digger. Junge, der fährt irgendwo zu so'n... Freizeitpark und dann fährt er wieder weiter, Junge. Ich weiß nicht, was der mir gerade einen Roman erzählt, wo der hinfährt. Sein ganzes Leben ist noch weiter. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie... Wenn ich fünf zuschraub, ich weiß nicht, soll ich dann irgendwie ein Alteb aus dem Shop irgendwie... So'n Tanzler so verlosen, weil ich hab' aber so verwiegert. Oh, ich kann sowas von mich verlosen. Ah, die Mettwurst ruft an, Junge. Die Mettwurst... Die Mettwurst? Hallo, Mettwurst? 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 Ich hör' nicht mehr ehrlich. Oh, Verbindung ganz schlecht! Verbindung für Mettwurst! Ups, Salat, da hab' ich mal aufgelegt. Ich hab' mal verspann' da hin. Der Spannreicher genommen? Ey, ähm, Niklas, kann ich, äh, auch nicht spielen? Er will mitspielen. Digga, dass du mir das los bist! Das ist gut auf der Welt. Äh, aber ja, Mettwurst, du kannst da mitspielen. Der Lost Squat! Ja, außer ich! Ihr drei seid dann... Digga! Ihr drei seid dann so los, dass ihr jetzt schon wieder gut seid zum Dritt. Ich kann, Niklas, ich kann einfach nicht mehr mit ner Pam spielen. Wirklich. Ich bin dafür zu blöd. Ja, Alex, das merkt man. Auf Distanz kann ich spielen. So 25 Meter oder so. Aber jetzt so... Ich hab's irgendwie verlernt. Ich hab' so lange nicht mehr gefehlt. Ich bin mir überlegen, ob ich noch wie viele... Wie viele... Wie viele es schon immer unter meinem... Äh, unter meinen 100 Leben einfach so mache. Crater-Code. Nee, wie viel, vier, 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 vier. Das waren ja viele. Ich hab's nicht da. Guck mal kurz, ob was auch nicht verdient ist. Ah ja, Alex, ich soll doch was auch nicht verdient. Ah ja. Oh, hallo? Okay. Oh, schlap. Los, 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 los. ich hatte doch irgendwo eine kiste ach da oben wo sie mir kein gegner wie es nicht abfangen wir haben alle zu viel angst was habe ich noch eine goldene schade bau das ist nicht im bonus wo man nur epische goldes an kriegt aber zumal ich will der gleiche vor so viel gewährleistung kommt aus als wenn er eine millionen checkpott gewonnen ich habe jetzt ein wenig hier wollen wir auch mal mehr oder mehr oder mehr er war ja komplett los, Digga! 2-Sperm-Fuchs geht sogar bei genockten Leuten Alex, komm lass mir mal nach Niklas Gehört euch den Noob-Busch! Ah, Null, da ist noch jemand! Digga! Er ist er, das ist ein Schuss! Nein! Die Zone macht nur einer deiner Schuss! Kann ich auch stellen Dieses Item ist eigentlich okay, wenn du es in einem geschlossenen Raum einsetzt Am Ende ist es okay Jetzt krieg ich hier so ein bisschen damage drauf Oh, da ist ein Fortball! Hier ist ein Fortball, Alex! Hier ist ein Fortball, Alex! Gacka! Du gehst nicht in dem so mit dem... Oh, das ist eine Frau! Will er noch ein Mini-Shield? Na so ist er immer und auch nicht! Boah, ich hab... Ich hab jetzt noch, äh, vier Stück Nein! So jetzt hab ich... So jetzt hab ich diesen Raketen-Emote Jetzt hab ich 20 Stück Ich will eigentlich noch diese Hacke von Dingens, von Rocks Wo ist der Kerl denn, Niklas? Ich hab den schon lange gekillt! Also ich dachte, du hast es noch gesagt, dass wir werden zacken Nein, nimm die Minis mit, hab ich Paul gesagt! Ja, sag ich hab den schon lange getrunken! Ja, wo soll die Minis sein? Wir sollen Paul mitnehmen! Ich kann ihn doch auch mitnehmen! Ich kann ihn doch auch mitnehmen! Ja, nimm du auch welche! Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch vier Stück! Jetzt zeig dir die Minis auch noch auf! Digga! Ihr seid der komplette Fortnite-Profi, dieses Kapper! Ein auf ganz krass, oder was? Wer hat neue Schönerbombs mit? Ich werde euch jemand angeheiftet! Haut ihr damit ab, wenn ich da bin! Ja, ich hab... Ich hab das neue Item! Ihr will! Komm, wer wäre das mal! Oh nein! Oh nein! Oh nein, da ist die Scheidekunde, damit kann man Team mit übrigens kennen! Na, ich wollte so gesagt haben! Ja, deswegen ja, wir haben hiermit die Sammlung mitgekommen! Und wir haben das passen! So, wo? Wer hat da jetzt gerade noch mit? Wer war das, wie? Wer war das? Das war ich! Das war ich! Und wenn wir nicht, wir müssen laufen, dann habe ich komplett goldenes in den Winter! Wahres! Was? Es muss nicht bei, bei jeder Sache ran sein! Es ist crazy! Es ist mal weg! Es ist mal weg! Ich kriege ja, ich kriege ja, ich kriege ja ein Copyright-Slide, weil wir so gut singen können! Äh, haben wir noch einen Zuschauer! Ja! Nicht nur mit die Vor- und die Zeit, da hatte ich mal sieben Zuschauer. Und viele Zuschauer hast du! Einen! Wer ist es einer? Schreibt mir den Chat, ich glaub das ist Mehmet. Ey, hier ist ein Gegner! In der Röhre! Wo folgt ihn? Ja, warte, ich komm hinter dir her. Ich bin zwar nicht so schnell auf. Ey, hier fliegt einer, der ist... Ach, den mein' ich! Hat Alex so gerade gesagt! Jetzt ist er wieder abgehauen. Ey, dann zwei mal da ist einer. Ich verfolge den immer noch. Ich glaub, er hat einen zum vierten Mal geschrieben. Ja, ich glaub, der ist der. Ich hab grad' nen Namen mal gesehen. Ey, dieser Kerl verfolgt den die ganze Zeit. Wo ist der Typ? Was tut der denn? Ja, hier in der Röhre, da komm doch mal her. Ach, hier doch! Direkt vor, dass einer hat ihn. Der wollte grad' Buschiusen, da ich dir nicht so hör. War Solo, ist nicht gemacht. Wer, Leute, ist der, war Solo unterwegs? So, er kommt kein Bock mehr weg. So, er kommt kein Bock mehr weg. Da ist er, da ist er, da ist er! Komm, wir holen ihn aus der Luft, Leute! So, vielleicht so viel holen ihn aus der Luft. Ja, komm, ich will nach uns. Ja, was ein Schiss da! Ja, jetzt wird er frissen. Ah, nach dem Damage! Nein, er ist auf High-Gott. Oh, ne. Oh, der ist ja auf dem Haus. Hat noch ein 23er-Dabbage von mir bekommen? Ist er auf dem Haus? Nein, der ist weggeflogen. Ich hab doch gesagt, er ist auf dem High-Gott doch nicht. Oh, ne. 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 Das war, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Und ich bin auch seit, keine Ahnung, warum? felicise 100m2121, ja. Oh, ne. Das war auch, ne. Also das ist, das ist ja, was ich jetzt nicht vorstellen. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh ne. Oh, ne. Oh, ne. seit Ende der seit er sich hier eingestiegen und es fast genauso gut wie ich sie mal den erster ist aber auch aktiv der spielt aber auch viel mehr als ich das fast so gut wie ich er hat mich schon mal aufgeholt als meine GTA-Fahrer aber da hab ich mir das so gut aufgeholt sorry Meri komm ich push jetzt einmal gegnern, wir schaffen jetzt alle in meinem Kanal alle mehr folgen Paul, wo bist du? bin jetzt in der Ruhe Prozent da hätte ich nicht mehr für den Spuren wenn ich eigentlich so weil sie wollen wir sind so leute und welche die Achso dann bin ich mal wieder auf den Drittel hier ist ein Quartal zu einem Verkaufgeschäft Einer kann auf Driftport fahren, der andere kann auch mit mir auf Bord fahren Frau, komm auf Bord Ja, warte, 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 warte Schattenbrand auf den Bord benutzen Kann nicht! Schattenbrand Nein, wir sind in Bord Wenn die genießen, sie ihre Fahrt mit ihm Aaaaah, wir werden geschossen Aaaaah, wir werden geschossen Hey, wie steigt man ab? Ab Oh Mann Au Mann Siehst du, Leute, das klappt doch mit uns Ich meine die ganzen Kills Da kommt noch einer, Leute, ich muss so kurz Bailges gönnen Oh, wo denn? Da, über uns, habt ihr nicht gesehen oder was? Scheiße Aaaaah Nein, ihr finischt mich Huuu Paul, revive mich Mein Dingenski musst du nachladen Paul, rife du ihn Ich muss dich beschützen Mh Paul 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 Paul, rife ihn olo serieu Paul Paul Ja but João Paul Also ich habe mich überzogen 13 ich habe mich ich habe mich ich habe ich habe mich auf ihre Fahrt garantiert es tut uns sehr leid soll er auf den Eisbär Alex wahrscheinlich gewinnt, dass er schlecht ist und dass er alle fällt wahrscheinlich gewinnt er jetzt auf Hallo, hallo da ist es nicht Ja, Gegner Oh, da kommt ja irgendwelche Ah, Scheiß Einer hat Hits Eis-Effekt, Digga Der hat mich getriggert Dieser Eis-Effekt hat mich getriggert Ah, ich habe Scheiß Elbow beim Scheiß Tisch gestoßen Aua, Junge Digga, das hat so gut Boah, Junge Oh, nein Oh, nein Alex Oh, ich hatte dieses Ich hatte dieses Schwert Aber jetzt Oh, Scheiße, jetzt habe ich Oh, mit Klasse das Spiel hat sie mir relativ gut Wir haben jetzt zwei E-Mails bekommen So, ich werde das mal klasse So, ich werde das mal klasse So, ich werde das mal klasse Oh, ich werde das mal klasse Oh, ich werde das mal klasse Das ist dann Oh, ich werde das mal klasse kann ich mitzocken, aber ich soll es uns gar nicht. Ah ja, okay. Ihr wisst bescheid hier Leute, hier schaue ich euch mal Creator-Code NIVI4444. Hier, alle zwei Wochen neu. N-I-W-I-4444. Könnt auch jeder meine Mods doch mal reinschreiben, ne ihr lieben Mods? Ne? Könnt gerne meinen Creator-Code noch mal reinschreiben, ihr seid ja so nette Mods. Lass mal nach der Runde chillt da mal einmal, ich muss bei ihm was gleich machen nach meiner Phase hier. Hab dich nicht als Freund, wenn man ein Streaming kann. Äh, oder adde mich. Mein Epic-Name schreibe ich da rein. Ich muss auch so Befehle für mein Streaming machen, dass man so... Aber es gibt da so Befehle, ich weiß, ob wie das geht. Aber so, nur in Chat schreiben muss, äh, ausrufezahlen Epic und da kommt automatisch ein Bot, der die nachhaltig schreibt, seit, mein, mein Epic-Name ist so und so. Jaha, geht's, hab ich... Ach, jetzt muss ich los. Also, mein Epic-Name ist... Newe, Tim Schmidt-Lappen-Alter. Halt die Fresse, Tim, Alter. Kriegt direkt nen Ball aus dem Chat. Mods könnt ihr mir bitte Tim einmal wegbannen. Permabann. Tim bitte einmal ein Permabann geben. Danke an meine Mods. Tim einmal bis in Permabann. Alexa, kannst du auch du bannen. Du musst auch mal bannen, also. Hier macht schon was. Ich bin aber einfach nicht leid im Stream. Lappen. Okay, dann... Ich auch nicht. Kann ich ihm jetzt auch ein... Äh... Kann ich alles ausprobieren. Lappen, 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 äh, alles, alles, ähm, Nutzer vorübergehend... Nutzer auf diesem Keller aus... äh, Nutzer blockieren. Nutzer vorübergehend blockieren. Ah, ja. So. Niklas, wo gehst du denn nicht? Tim, dann ist nur 300 Sekunden. Mal schauen, was ich da abbewegen kann. Bei mir ist leer. Bei mir ist leer. Hallo. Schade, was ich da abbewegen kann, oder nicht? Dann werden wir dann eine schöne Schaurecke. Leute, ich... Ich komme zu euch, oder? Ihr braucht Hilfe. Habt ihr euch? Ja, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Weil mir sind welche und ich habe keine Waffe. Ja. Ja, Paul, ich bin bald hier, aber... Ich habe jetzt die Wohre. Also... Unmissbar. Oh, hab jemanden mit ner Pompgegner. Mit dem Infanteriebewehr. Pompik! Scheiße, sag mal... Ja, da kriegst du doch nach. Sagst du, Alter, schon, ne? Ey, zwei... Jetzt geht es wieder. Äh, die Wohre, die Wohre, die 40er, ne? Da habt ihr gar keinen. Da habt ihr gar keinen. Da habt ihr gar keinen. Digga. Einfach Respekt vor mir, Alter. Klein Bastarde. Erst hinten sind die anderen. Jetzt... Jetzt verstecken sie sich vor mir, Alter. So war ich geklärt. Hier ist einer! Sag mir, ist der meiner! Oh, gut! Bei mir oben ist einer. Warte, Mom. Also... Der hat sich... Der kämmt. Hä? Der tötet mich. Also der kämmt. Also, Bruder, Paul, irgendein Wort war was los. Wo genau? Ich mache was. Ich mache was. Äh... Wo genau? Entweder Schild! Suche... Oh, Suche bitte einmal. Äh... Blockieren. Oh, dann können wir direkt... dem Kanal ausblenden. Kann ja irgendwie... Ah ja. So. Ja! Ich kann auch ein Schild, dass man... Ich mach jetzt meinen Schutz an. Mein... Ich kann meinen Schutz auch einfach anmachen. Wenn der Livestream-Chat so... Scheiße ist der... Mach jetzt einfach mal Schutz an. Ganz ehrlich, Mann. Es gibt so... Bei YouTube so einen Schutz. Niklas. Wer YouTube macht, weiß... Weiß, was ich meine. Stream-Chat-Schutz. So, mach ich den jetzt halt an. Wenn ihr's so wollt. Gut. Kann man keine... Begriffe wie Lappen oder sowas reinschreiben. Oder Scheiße oder was weiß ich. So. Dann mach ich den jetzt halt an. Kann ich mir mal ausschlecken, Digga. Niklas? Ja. Ähm, ich geh dann einmal kurz weg. Ist das okay? Ist das okay? Wenn's sein muss. Bist du gleich wieder da? Okay. Äh, glaub nicht. Oh. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gehen soll, denn eigentlich da kann ich noch, aber... Ja, wieso machst du? Weil ich irgendwie gar keinen Bock mehr habe, weil ich... Doch, Alex, du bleibst es doch. Äh, noch ein, zwei Runden, Alex. Wo bleibt Paul denn jetzt? So, füge sie dazu in der Community-Liste. Ausgewählte Nutzer. Gesperrte Wörter. Zum Beispiel. Lappen. Lappen als erstes gesperrtes Wort. Äh. Äh. Genau, so. Speicher mit einmal. Dankeschön. Dann könnt ihr euch alle wieder freigeben. Könnt ihr alle wieder aus den Chat schreiben, aber diesmal werden Schimpfen wahrscheinlich nicht mehr angezeigt. Ihr müsst jetzt... Ja, das ist jetzt der Kälte zu mir ausgebildet. Perfekt. So, zwei Mods habe ich perfekt. So, geht... Ne, ne, let's go. Paul, auch der Mods ist perfekt. Egal. Oh, der Mods ist perfekt. Der Mods ist in seiner Plätschischen Mann. Der kommt, glaub ich, gleich wieder. Glaub ich. Egal, ich will jetzt zu zweit. Oh. Oh. Niklas, wie viele Fortbys hast du denn eigentlich schon? Hm. 28. Ich hab grad mal 20. Ich will auf jeden Fall... Hurentochter schreibt hallo. Hurentochter, Brüder. Wer ist denn Hurentochter? Ich will diese... Äh... Extra von Robs. Hurentochter. Ah, ja. Man kennt. Man kennt die Hurentochter. Kann man Kontakt aufbauen? Hurentochter. Also, Hurentochter, die können wir bitte direkt... ausm, äh, Chat einmal bannen meine Mods. Hurentochter. Äh... Bitte einmal bannen, danke. Alle Paula, meine Spanner euch geschickt. Junge! Hasse iPhone. Ich wundern, wenn ich jetzt ganz kurz einmal... Also, ich hab mich jetzt einmal offline, weil ich hab eben mein Fernsehen umgestellt und da kackt das Internet komplett ab, keine Ahnung. Gibt's nicht einmal in mein anderes Zimmer. Also, in mein anderes Zimmer. Und da ist das Internet viel besser. Äh, ja. Ja, ja, wir spielen kurze Runde ohne dich. Ja, ja, wir spielen kurze Runde ohne dich. So. Äh, hu... Ah! Hurenso, geh dein Vater ficken. Ah ja, gut, dass man die Nachricht nicht sieht, ne? Digga, mein Tool ist das Beste, was ich hier benutze von YouTube, Digga. So! Ausblenden! Ausblenden! Kannst nicht... Kannst nicht! Dein... Kannst nicht! Komm, 1-2-1, ja. Komm, 1-2-1. Ja. Komm, 1-2-1. Nichts! Kannst nichts! Kannst... Kannst nichts! Ah ja, kannst nicht! Komm, 1-2-1. Ne, du hast welches Haus oder welches Gebäude. Von... So einen können wir eigentlich direkt aus dem Chat hier immer ausblenden. So, aber ihr habt gar keinen Bock. Ich sehe meine, dass ich nichts kann. Ich kann nicht mehr als durch bin, aber ich habe einfach keinen Hurensohn. Mit ohne die hohe Tochter. Ich habe schon reingeschissen, ne? Und... Da, der hat jetzt einen Digga-Shot von mir. Und der ist getötet. Getötet. So, das war's genau so. Das war nämlich... Das war nämlich... Genau so. Kann... Mein Digga-Elm ist wieder... Krass. Krass als das. Kindschuh-Gorn. Ja, ja komm einfach, komm einfach, komm einfach, komm einfach! So. So, Niklas. Ist jetzt wer ja noch am Stream auf Start? Hier ist einer! Hier ist einer bei mir! Hab' ihn! Ehh! Oh, komm Niklas! Sein Bett kommt! Ja, krieg ich mal bitte die Minis. Danke, Niklas, ich bin lower als du. Ich bin besser als du. Genau deswegen muss ich mir die Trink, weil ich sonst verreckt wäre. Und wer ist ein Mate verreckt jetzt? Ja, Alex, du komm, bitte. Ich war natürlich laut, guck, du ruck, YouTube, Alter. Hey, Tedia! Hey, Alex, du bist... du weißt schon, dass der Tedia ist, ne? Ja, hm! Wie viel HP hatte der noch? Wo geht der noch? Der hatte noch so viel HP. Ja, Junge, ich meine, der ist spannend. Hallo, Zuschauer. Ich schick mal mit meiner ganzen Zahlen, Freunde. Ja, mit meiner wird's jetzt richtig witzig, Alter. Mehmetz... Ich schaue Mehmetz. Mehmetz... 7... 8, 9, 4, 3. Ne? Nesbilde... Mahlo... Di... Di... Mahlo... 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 Super... Wieso kann ich ihm keine Verarschen? Apropos, ich hab jetzt auch ein YouTube-Konto. Ich hab mir einen eigenen verstellt. Eigene. Ich hab mir jetzt grad eine eigene gemacht. Ja. Ne, Pause, dass wir wieder online kommen. Ah, just! Bam, bam, bam! Ne, klar, es ist jetzt noch... Warte mal. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. super, dass wir meinen Leuten beitreten können vorne. Superspiel! So, ich habe keine Schilds. Ja. so wenn er hier eine Gruppe einladen ein Training mal Gruppeinladen verschickt ah ja ah ja cooles Spiel ach jetzt ist alles offline das ist ein kleiner das ist ein kleiner Grohl da ich bin jetzt ach ich kann keine Gruppe mehr beitreten tolles Spiel der ist weg wir rollen gerade den Zimmer auf so keine Gruppe Schwerkraft aufhören mit irgendwelchen Randoms ach ich muss noch warten bis es zurückkommt und muss ich jetzt mit Randoms spielen muss ich jetzt mit Randoms spielen ein 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 Hello, can you speak? Hello, can you speak? Can you speak German? Hello Okay Okay Dann gehen wir nach Fettel Ah, das macht wieder eine Paralys, ah ja Okay Geh mit nach Paralys Dann geh ich doch mit nach Paralys, so Ah ja, der erste Mensch, weg Ah Wenn ich dieses Spiel hasse! 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 Ja, die hat sich nur das Sitziger jetzt schon Da kommt das Wohltz und soll Wie hattest du denn das Spiel? Warte, was doch mal herkommt. So, jetzt will ich das. Mach ich jetzt. Ganz professionell. Ganz professionell. Ja, 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 ja. Warte, was ich noch? Warte, was ich noch? Was ich noch? Okay. Mein Herz ist scheinbar bei jeder Qualigkeit auch so. Mir auch ab. Mein Herz ist scheinbar bei jeder Qualigkeit.